Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde PC-Tyton 2. Und in der letzten Folge haben wir hier einen neuen Stunno Prozessor 7 veröffentlicht, der uns auf den folgenden Platz bringt. Und auf Platz 7. Okay, eigentlich waren wir auf Platz 5, aber anscheinend gibt es hier wieder tausende neue Dinge. Ja, was wir machen müssen, ist richtig viel investieren in diese Dinger hier. Wir müssen einmal in diese Dinger hier rein investieren, das machen wir auch einmal. Wir haben jetzt noch ungefähr einen neuen Übergang. So, wir machen erstmal Studie. So, äh ne, nicht verlassen. Was wir jetzt machen, ist einmal, äh, nochmal hier, irgendwas hier aktualisieren, äh, aktualisieren sei schon. Einmal hier neu sehen, welchen machen wir hier? Stufe 11, so. Okay, wir machen nämlich jetzt einen Prozessor 8. Den nennen wir auch 8 und ihr seht schon, wir können jetzt hier schon ein paar Dinge größer einstellen. Okay, das waren auch die einzigen. Ah, ne, hier. 2 Mbits. So, wir gucken mal, wie teuer das denn jetzt sein wird. Ich denke mal so 250 Dollar, oder? Machen wir 300 Dollar. Ne, machen wir 255. So, erstellen. Dann gucken wir mal, wie gut das jetzt sein wird. Wir müssen natürlich auf jeden Fall hier in diese, diese Dinger hier reindingsen. Also hier in L3, L2 und sowas. Ja, wir sollten auch am besten die günstigsten nehmen. Und die günstigsten sind hier beispielsweise das hier gerade. Also, wir, maximale Speicherfrequenz, die sollten wir erhöhen und die hier. Dann müssen wir mal gucken, was wir machen, tatsächlich. Das ist dann das Problem. Äh, nicht teilnehmen, weil wir haben tatsächlich zu wenig Geld. Wir sind tatsächlich arm. Also, was heißt arm? Wir haben einfach zu wenig Geld. Deswegen warten wir mal. Okay, so. Wir müssen hier noch kurz warten. 90 Prozent. Dann ist er fertig. Und da ist er fertig. Boah, ich habe echt Angst, jetzt hier das zu veröffentlichen. Ich habe gar keinen Bock, dass das ein Scheiße wird. Und wir drücken auf fertig, Leute. 255 Dollar. Kann doch nicht so teuer sein. Wir müssen natürlich reinpaint, weil wir haben nur 7,63 Mille. Ist zu wenig. Bitte. Bitte, bitte. Es ist einfach nur zum Heulen. Warum ist das denn scheiße? Das ist scheiße. Für diesen Preis kann man mal etwas Besseres finden. Ja, aber war... Okay, es liegt also nur an diesem Preis, oder was? Jo, wir sind auf Platz 6. Immerhin, immerhin etwas. Wir sind auf Platz 6. Haben wieder diesen scheiß I3 hier eingeholt. Ähm, unsere Konkurrenz... Also, Arm der Weisen hat 7.723 Punkte. Woher? Egal. So, wir gucken mal, dass wir jetzt Geld machen. Wir müssen Geld machen. Aber richtig viel Geld. Und hier reinpaint. Wir painen hier sogar zweimal rein. So, ich würde sagen, wir sparen dann auch gleich einmal auf L2 Catch. Und dann einmal auf L1 Catch, würde ich sagen. Oder, Leute? Ich glaube, ja, weil wir brauchen das. So, wir gucken mal, wie viel wir jetzt hier... Wo ist denn jetzt der 8er hier? Das ist der Neue, ne? 8 ist neu. Also, ich weiß nicht, wieso, aber... Oh, ist dann Prozess 1 Verkauf abgeschossen. Und den gibt es nicht mehr. Na, nach langer Zeit. Wir sind noch auf 6. Das ist noch gut. Hm. Ja, ich glaube, der I3, 3, der holt uns auch nicht ein. Wir machen aber schon wieder irgendwie zu wenig Geld. Ja, wir hätten hier nicht so reinpainten sollen. Ich mache hier auch mal wieder minus 5, weil dann geht das schneller leer. So, wir müssen natürlich hier wieder auf den da machen. Oh, nö. Warum denn jetzt schon wieder ein Hackerangriff? 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 1, 0. Ah! Oh. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Zack. Äh, oh. Äh, da. Junge, das ist ja komplizierter als, äh, keine Ahnung was. Okay. Hier so. Äh, da. Da, äh, da. Äh, wo ist denn hier, äh, 1000 da. So. Ah. 0, 0, 0, 1, 0, 10, 1, 0, 10, 1, 0, 10. Da. 0, 0, 11 und. Äh, da. Boah, Junge. Äh, äh, hab's abgewehrt, Alter. Ich hab's geschafft. Einmal in meinem Leben. Äh, so. Ähm, wir brauchen 40 Punkte. Ja, die kriegen wir doch gleich. Easy, oder? Warte mal. Jetzt krieg ich nur 23. Bin grad am überlegen. Na, ne. Ich hol mir jetzt hier erstmal das L2 und dann die Speicherfrequenz. Man sollte ja auch nicht übertreiben. So, wir haben jetzt 40. Perfekt. Zack. Rein da. Vielleicht schaffen wir es sogar noch auf 23. Weil ich lass, ich lass jetzt das hier erstmal, ähm, kaufen, Leute. Also das hier soll erstmal jetzt aufgekauft werden. Und dann könnte ich einen neuen machen. Oder wir sparen jetzt nochmal eben auf 23 Punkte hier. Ich glaub, ich mach einmal noch, ich warte einmal noch und spare eben kurz auf 23 hier. Weil dann, glaub ich, schon richtig viele Punkte, also können wir schon richtig viele Punkte sammeln. Ist der hier höher gegangen? 2, 2, 2, 1. Ich glaub, der ist höher gegangen, oder? Nein, der Stando Prozessor 1 wird ja jetzt nicht mehr gebaut. Es sind mittlerweile auch 19 Plätze, ne. Es waren ja vorher nicht so viele. Wir sind auch noch auf dem 6. Das ist auch noch gut. Aber, Junge, AMD Ryzen, die 3010 hat fast 4000 Punkte. Wie sollen wir die einholen? Das wird schwierig. Wir brauchen 23 Punkte. Könnt ihr euch mal bitte beeilen? Komm, 2 Punkte brauche ich jetzt hier noch. 23, wir haben die. Geil. Stufe 9, so. Okay, perfekt. Haben wir. Wir haben einen Großinvestor gefunden, der eine große Summe in die Entwicklung des Unternehmensinvestors. Budget um 5 Millionen aufgefüllt. Geil, wir haben jetzt 20 Millionen. Das könnte jetzt wieder ein geiler Dings werden. Also, wir könnten jetzt wieder geil rein investieren, ne. Ah, ich warte aber trotzdem noch mal, bis das hier fertig geladen ist. Irgendwie kann ich jetzt auch die Prozentzahl nicht mehr umändern. Was ziemlich schade ist. Hallo, ich wollte hier nicht drauf drücken. Sind wir noch auf Platz 6? Ja, sind wir noch. Wir sind noch auf Platz 6. Ich muss jetzt kurz warten, Leute, bis wir hier das verkauft haben. Wisst ihr was? Ich warte jetzt nicht. Ich mache jetzt hier direkt das neue Prozessor 9, so. Hier ist nichts Neues. Hier ist Ultram. Was Neues. Speicherkanäle, ja. 3800 Megahertz. Es ist immer noch nicht so geil, ne. Also, die haben sich aufgeregt, dass das zu teuer ist. Wir machen einfach jetzt hier sogar... Also, eigentlich stand da jetzt bei 259 Dollar. Wir machen jetzt 250. Also, wie das andere Modell, was eigentlich... Also, das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja sogar besser und kostet aber genauso viel. Wenn sie sich jetzt wieder darüber beschweren, dann raste ich hier Kollwende aus. Das meine ich Todesinnst. So, jetzt sparen wir, denke ich mal, auf 50. Dann können wir nochmal hier L1-Catch einmal erhöhen. Und dann würde ich hier auch nochmal auf die anderen, hier auf das gehen, weil das hat 40. Ja. Wir sparen jetzt eben nochmal auf L1. Also, hier auf diesen, dann auf diesen. Dann auf diese beiden. Und dann gucken wir mal, dass wir hier die ganzen 60er dann alle aufkaufen. Dass wir so immer so gleichmäßig alles kaufen. So, der 8er ist jetzt gleich ausverkauft. Das Budget wird... Oh, wir haben wieder 1, irgendwas gekriegt. Und jetzt ist das dann der Prozessor 8 gleich aufgekauft. Sind wir noch auf Platz... Wir sind noch auf Platz 10. Also, Intercoin 9 ist jetzt sehr weit oben. Wir sind jetzt auf Platz 10, Alter. Von 6. Also, wir müssen jetzt 5000 Punkte oder so machen, um hochzukommen. Das schaffen wir, glaube ich, nicht, ne? Aha. Oh, ich habe die hier bei 10. Die müssen wir auch noch. Ja, wir machen jetzt erstmal hier L1 gleich. Okay. Wir hauen das jetzt hier raus, das Ding. So, das können wir jetzt hier rausgauen. Wir müssen leider all in gehen. Bitte, ist es besser. Bitte. 2,7. Es ist gut. Es ist nicht schlecht. Es ist... 2,8 ist gut. So, jetzt gucken wir mal. Bitte, 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 bitte ganz viel. Ach, wir sind auf Platz 9. Das bringt uns doch gar nichts. Drei Punkte. Äh, 3000 Dinger haben wir ab schon mal. Ah, Sandrozessor 8 ist jetzt weg. Okay, wir machen aktuell gerade Millionen. Das ist gut. Jetzt machen wir 1000. Jetzt machen wir wieder Millionen. Okay, wir machen gutes Geld. Das ist schon mal perfekt. Äh, L1. So. L1 gekauft. Okay, das kostet jetzt auch 75, Alter. Okay, wir müssen jetzt mal auf 26 hier sparen. Auf diese 26. Dann holen wir uns nämlich hier einmal maximaler Speicher-Dingsbums. Okay, wir sind auf Platz 9. Wir haben halt damit jetzt... Ne, wir holen immer dieses i3 hier nur ein. Oh, aber wir sind fast an dem i3-4 dran. Ach, wir sind schon... Hä? Ach, wir sind schon über dem. Echt, Dussel. Okay, also wir müssen hier den AMD Ryzen 3010 einholen. Ja, unser erster Prozessor war auf jeden Fall ein Reihenfall. Wir sind auf dem letzten Platz, Alter. Selbst der i3-1 ist halt mehr. Okay, egal. So, wir brauchen jetzt hier bitte dringend 26 Punkte. Weil wenn wir die haben, holen wir uns diese Speicher-Frequenz. Und dann holen wir uns hier maximale Speicher-Kapazität für 40. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal auf 8-Kern-O-DDR4. Also, payen wir hier praktisch mal rein. Aber erst mal die... Wir müssen ja auch hier gut investieren, sag ich mal. Es ist krass, wie lange das jetzt hier online bleibt. Also, wir machen anscheinend jetzt sehr viel Kohle damit. Was ja schon mal ganz gut ist. Okay. Ich mach mal hier kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns, wenn wir hier diese 29... Äh, die 26 Dinger da haben. Okay, ich kann keinen Cut machen. Perfekt. Das Unternehmen hat das Recht auf eine Steuerabzug erhalten. Okay, wir haben jetzt 32 Millionen. Ich kann irgendwie hier nicht stoppen, Leute. Egal. Wir kaufen uns jetzt hier das. Studier-Kauf. Perfekt. Jetzt haben wir noch zwei. Okay, wir haben immer noch... Also, wir können immer noch die Speicher-Kapazität erhöhen. Machen wir auch. Wir sparen jetzt einfach auf 29. Aber ich würde sagen, wir payen jetzt schon in den 10. Sollen wir in den 10 schon rein payen? Ich weiß es nicht. Ah, ich bin mir unsicher. Ich glaube, wir warten nochmal auf 29. Aber ich kann jetzt die Aufnahme nicht stoppen, Leute. Das geht nicht. Weswegen ich, äh... Ja, doch, wir kriegen... Wir haben doch gleich easy die 29. Wir sind jetzt schon bei 20. Okay. Fehlen auch nur noch 9. So, jetzt bitte nochmal schnell. Ich brauche jetzt bitte 29. So, jetzt haben wir es. Äh, zack. So, rein da. Okay, wir müssen immer noch hier... Also, wir müssen erstmal hier noch die ganze Zeit die Speicher... Wir machen jetzt aber trotzdem den 10er schon mal. Das 10er. So, hier können wir das erhöhen. Hier können wir auf 110%. Hier können wir auch auf... Oh, auf 100% sogar. Das schmeckt. Okay. Oh, wir sind relativ in der kleinen Dings. Wir gehen auf 300 Dollar. Erstellen. Leute, aber wie wir das fertig erstellt haben, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Liken, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, mit ihr keinem mehr verpasst. Habt einen Topfvertrag. Haut rein und euer Sanuk. Ciao. Bis zum nächsten Mal.